Was kostet der Kaffee? Was kostet der Kopfsalat? Was kostet ein Kilo Kartoffeln? Was kosten die Tomaten? Was kostet ein Kilo Zitronen? Was kosten die Erdbeeren? Was kostet eine Birne? Wie viel kostet ein Kilo Bananen? Was kostet ein Kilo Zwiebeln? Was kostet ein Pfund Orangen? Guten Tag! Ich brauche Milch. Haben Sie Milch? Guten Tag! Ja, natürlich! Hier bitte! Und haben Sie Wasser? Ich brauche drei Flaschen Mineralwasser. Hier bitte! Brauchen Sie noch etwas? Ja, zwei Flaschen Saft bitte. Apfelsaft oder Orangensaft? Haben Sie Karottensaft? Nein! Nur Karotten! Nein! Was kosten die Karotten? Ein Pfund kostet 2,96 Euro. Gut, das passt! Hier bitte! Das macht 7,46 Euro Cent. Haben Sie vielen Dank! Danke Ihnen! Was braucht Aida? Richtig! Aida braucht... Was braucht Aida? Richtig! Guten Tag! Ich brauche Milch. Haben Sie Milch? Guten Tag! Ich brauche Milch. Haben Sie Milch? Guten Tag! Ja, natürlich! Hier bitte! Und haben Sie Wasser? Ich brauche drei Flaschen Mineralwasser. Hier bitte! Brauchen Sie noch etwas? Ja, zwei Flaschen Saft bitte. Apfelsaft oder Orangensaft? Haben Sie Karottensaft? Nein, nur Karotten! Was kosten die Karotten? Ein Pfund kostet 2,96 Euro. Gut, das passt! Hier bitte! Das macht 7,46 Euro Cent. Haben Sie vielen Dank! Danke Ihnen! Und dann.. Was braucht Aida? Was braucht Aida? Richtig! Aida braucht Milch. Was braucht sie noch? Richtig! Aida braucht Milch. Sie braucht 3 Flaschen Mineralwasser. Und was braucht AIDA noch? Korrekt, sie braucht zwei Flaschen Saft. Hat die Verkäuferin Saft? Ja, sie hat Apfelsaft und Orangensaft. Und was kosten die Karotten? Richtig, ein Pfund kostet 2,96 Euro. Ihr seid einfach wunderbar. Ich danke euch für alles. Bis morgen und viel Spaß. Tschüss. 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 Tschüss.